Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Insalata Caprese auf griechische Artikel. Die Insalata Caprese auf griechische Art ist eine interessante Variation des italienischen Klassikers Insalata Caprese. Nach einer Idee aus der Küche vom 11. September 2012 des Fachklinikums Ichenhausens. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 8 reife Eiertomaten, 5 Esslöffel kaltgepresstes, natives Olivenöl, 200 Gramm Feta-Würfel, Fertigprodukt, 40 Gramm Kapern, Glas, 20 grüne Oliven ohne Kern, 1 halber Esslöffel gehackte, frische, glatte Petersilie, 1 halber Esslöffel gehacktes, frisches Organo, Zitronensaft, frisch gemahlener Pfeffer, Salz. Folgende Utensilien werden benötigt. Zitruspresse, Sieb, kleines Feinsieb, Geschirrtuch, Küchenpapier, große Servierschüssel, Messer, Schneidebrett. Zubereitung Die Kräuter kurz unter lauwarmem Wasser abbrausen, alles Unschöne entfernen, das restliche auf ein Geschirrtuch geben, dies an den vier Enden festhalten und durch kräftiges Schwenken wird das Wasser entfernt, das Geschirrtuch nicht auswringen. Das Tuch öffnen und die Kräuter an der Luft trocknen lassen. Die Tomaten unter heißem Wasser abwaschen, abtrocknen, in Scheiben schneiden und in ein Sieb geben. Die Oliven längs halbieren, die Kapern in ein Feinsieb geben und unter lauwarmen Wasser abspülen. Die Kräuter grob hacken. Die Tomatenscheiben von außen nach innen leicht überlappend verlegen, schließlich salzen und pfeffern. Die Kräuter, die Oliven, die Kapern und den Käse darüber verteilen mit Zitronensaft würzen. Nach 15 Minuten Rastzeit die entstandene Brühe pikant abschmecken. Als Beilagen eignen sich Barget Diese Varianten gibt es Insalata Caprese Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Abs veel Spaß bei der Zubereitung Z usen Sert Viel Spaß bei der Zubereitung bis frische agen Tuch Viel Spaß bei der Zubereitung viel Spaß bei der Zubereitung über